Willkommen zurück zu Far Cry auf dem realistisch-schwierigkeitsgrad. Beim letzten Mal haben wir eine Basis, der Krieger, Corporation, Söldner oder richtige Soldaten infiltriert, um eine Mini-Atombombe zu stehlen. Die normalen Söldner gibt es ja nicht mehr, die sind nun weg, dadurch dass Crow tot ist. Und beim letzten Mal hat Valerie Sesam Öffne Dich zu einer Tür gesagt und wir werden jetzt sehen, ob sich die Tür öffnet. Die Tür hat sich geöffnet! Es lebe Sesam Öffne Dich. So, hell! So, nachladen. Weiter. Wir müssen Valerie immer noch beschützen. Das ist so nervig wie eh und eh und eh ist, natürlich. So. Aber ich denke... After I find out how to open the gate, we need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. That's not all. I need you to enter their headquarters and find the arming device. There's no time, so we need to split up and you need to stop bitching. Got it? Valerie hat ein ziemlich großes Maul. I need you to enter their headquarters and find the arming device. Hurry up, we're running out of time. Nein. Egal, solange ich wieder alleine laufen darf. Danke Valerie, dass du mich zurücklässt. Dann wollen wir mal gucken. Warum Access Codes? Vom Hauptquartier. Wir können, glaube ich, da vorne rein. Gibt aber auch einen Seiteneingang. Von hinten kommt jemand. Schauen wir mal. Good thinking, Jack. The back door should be unlocked for you now. Thanks, Val. Wir können kurz nehmen und wir wollen das Zau mal hier für raus. Die eignet sich ja ganz gut für Close Quarter Combat. Na. Tschüss. 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 Noch jemand? Von hinten rechts. Von hinten rechts. Okay. Da war mal vorsichtig. Hier weiter gehen. Wir werden auf jeden Fall Schritte. Können die Schritte derjenigen sein, die von hinten noch nachrücken. Die werden uns noch gefährlich, wenn wir die nicht irgendwann ausschalten. Da ist der Vordereingang. Das Geräusch des Todes. Hallo Quartiermeister. Hast du irgendwas für uns? Nein. Du hast glaube ich nur einen einzigartigen Skin. Doch er hat eine Keycard. Die brauchen wir, glaube ich. Zusammen mit dem Safe Game. Ich muss jetzt aber wirklich mal schauen. Ich bin mir fast schon super sicher, dass uns irgendjemand noch von hinten überraschen werden möchte. So was von. Noch ein bisschen Munition. Jetzt sehen wir dann noch mal, dass die Waffe tatsächlich assault rifle Munition frisst. Ein bisschen Rüstung, die wir nicht brauchen. Hier war Quartiermeister. Da hinten müssen wir, glaube ich, rein. Wir können jetzt wieder den Vordereingang nehmen oder wir gehen wieder durch die Seite. Was ja auch machen. Hast du... Okay, das hat mich minimal geschrocken, dass da ein zweiter einfach mal plötzlich war. Ihr Schrappchen sieht. Ihr schrappst. Du wirst du wirst, dass du dir matkert bist. Du wirst denkst. Du wirst du wirst. Du wirst du wirst. Du wirst du wirst. Du wirst du wirst. Was ist das denn, Kai? Was ist das denn, Kai? Puh. Gefallen? Es sind keine Schritte mehr sichtbar. Vielleicht habe ich auch eine Menge mit den Granaten vorhin getötet. Da ist unser Ziel. Ich hoffe mal, ich habe einfach alle mit den Granaten erwischt. Ich bin fast tot, falls man es nicht gemerkt hat. Noch mal eine Karte von dem Bereich, wo wir sind. Ich denke mal, da unten haben wir angefangen. Basis, wo wir hinwollen mit der Atombombe. Das ist das blaue Ding. Oder so ähnlich. Ich habe noch eine Waffe, mit der wir ein bisschen schneller laufen können. Bisschen Rüstung. Die HP nehmen wir dann vielleicht doch auf dem Rückweg eher mit. Na dann. Das ist die Atombombe. Ja, ist einfach nicht ganz so sicher, einfach so zurückzukommen. Denn es spawnt, glaube ich, einige Gegner nach. Das ist die Atombombe. Mal so. AP. Danke. Ah. Nennen wir die Geräusche? Gegner? Keine Gegner? Wo sind die denn alle? Kommen wohl doch nie irgendwie Gegner nach. Dann schau ich mal was ich da weiter hinten noch übrig gelassen hab dann. Wenn die noch so weit laufen müssen. Ich höre doch auf jeden Fall die Schritte auf der anderen Seite der Mauer. Okay, vielleicht auch nicht. Gut, scheiß mich einfach auf die Aufstieggegner. Die interessieren uns nicht. Gehen wir einfach zurück. Ey. Ach nö. Ich will dir nicht folgen Valerie. Wenn wir mal auf die Zeit gucken nebenbei. Äh. Wo bringst du mich jetzt hin? Okay, cool. Nach dem Wachtturm. Da ist niemand drauf. Dort hinten sind einige. Das Lock ist noch aktiviert. Okay. Das ist es. Das ist der Outpost, Jack. Der Nuke ist hier irgendwo. Eine kurze Unterbrechung. Wir machen sofort weiter. Wo sind wir denn stehen geblieben? Wir waren genau hier an der Brücke. Ähm. Da oben einen, den wir scheinbar nicht treffen können. Weil wir so schlecht sind. Ah shit. Da können wir nicht lang. Ich würde ganz gerne versuchen, ins Gebüsch hier zu kommen. Oha. Okay, weg mit dir. Da hinten kommt noch irgendwo einer. Code Rot, ja. Dein Code ist rot. Und wo ist der eine Dude? Oh. Und da wird geschossen. Back mit euch. Mal gucken, ob wir das Lager hier relativ schnell gecleared bekommen. Auf jeden Fall eine Menge, die ist da oben. Stucken. Die sind gut. Ey, wo ist der eine Typ hin? Oh. Natürlich schießen die nur auf mich. Die schießen immer nur auf mich. Weg mit dir. Bin ich dir angearscht. Hehehe. Never lucky. Well steht da einfach offen rum und macht gar nichts. Ey. Gut, dass die die ignorieren. Das ist eine echt gute KI. Die. Oder. Söldner haben eine Art Ehrenkodex. Was ihnen verbietet, Frauen zu schlagen. Das wäre ja auch höchst interessant. Oh. Herr Well hat mich kurz erschrocken. Weil die. Das Fernglas getriggert hat. Okay. Man hört keine weiteren Fußschritte mehr. Und das sind meine eigenen gerade. Wir haben das ja relativ fix gekleert. Ich weiß noch damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe. Da habe ich mich immer auf den Turm da oben gesetzt und hingelegt. Und von da aus versucht alle wegzusnipen Stück für Stück. Aber das dauert ziemlich lange. Wir wollen ja möglichst nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Hallo. Noch einer hier? Nein. Ich wusste doch, dass hier wieder irgendeine AFK in der Bude rumsteht und nichts bemerkt von dem Chaos da draußen. Flackernde Löcher. Geil. Okay. Schön vor sich. Wir haben noch unsere Saw. Oh. Und die Atombombe, die wir ja auch in der Italia rumtragen. Wir sehen sonst niemanden. Wir könnten ein bisschen Heilung für tragen. Und ein bisschen Saw Munition. Ja. Hallo? Wo? Gegner? Wo denn? Eine Küche? Okay. Gruselig. Fuck off. Nachladen. Den habe ich nicht unbedingt in der Ecke erwartet. Vielleicht sollten wir bei der P90 bleiben im Closed Quarter. Aber ja. Wir haben ja keine Munition mehr. Hab ich ganz vergessen. Okay. Wir brauchen schon wieder Rüstung. Da unsere momentan ja schon wieder weg ist. Wo kann man nicht das Blech-Schritt-Geräusch. Ich meine hier dieser Übergang macht. Ah, hier ist ein Geräusch beim Laufen. Aber. Ansonsten. Okay. Niemand. Wir müssen doch wohl irgendwo ein bisschen HP rumliegen. Klo? Naja. Um Klo ist nur eine Zeitschrift. Okay. Komm. Sei das Lager. Ja. Ja. Nicht das was ich brauche. Nochmal. Die OICW. Falls wir die Waffe zuvor noch nicht gefunden hätten. Warten. Hätten. Da ist der nächste Checkpoint. Nicht bei uns. Uuuu. Da hinten ist noch ein. Na hier haben wir auch noch so ein Zelt. Mal schauen. Ich weiß auf jeden Fall. Dort hinten müssen wir hin. Und da sind garantiert noch welche. Hundertprozentig. Hallo. Mashi Mashi. Jakku desu. Deska. Wir befinden uns immer noch auf einem japanischen Archipelago. Also sollten wir uns auch. So benehmen. Hallo. We've got someone right on our tail. Nein. Der war vor uns. Nicht hinter uns. M4. M4. Der war gut. Okay. Aber hier haben wir ein Medkit. Und ein Fläschchen. Und Utensilien zum OP durchführen. Ja. Ist ein Licht. Was ist das hier? Wenn das hier Fallout 3 wäre, dann könnte ich jetzt das Ding hier hacken. Garantiert. Okay. Bleiben wir beim Thema. Mal. Wir sind gleich da. Enter Armory. Immer noch sehr schön wenn wir ein Checkpoint bekommen würden. Mal. 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 Wollen wir das mal langsam angehen? Bestimmt nicht. Natürlich gibt er uns sofort einen Kopfschuss. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ah, die KI. Auch realistisch. So lecker. Ah, geil. Alles klar. Versuch Nummer 2. Versuchen wir mal ein paar Granaten. Diesmal. Ich weiß nicht, was war das? Na komm. Granate. Fress mehr Granaten. Habe ich dich erwischt? Nachladen. Wo ist Valerie eigentlich? Ah, die kann draußen warten. Schaut ganz gut aus sogar diesmal. Jetzt wo wir ein bisschen mehr reingerusht sind. Ist hier jemand? Nein? Okay. Na ja, mal zum Ziel. Und beenden diesen verdammten Part. Oh, geil. Forklift mit unserer Atombombe schon drauf. Wie kommt das denn? Hat die doch noch im Inventar unten in der Mitte. Und Valerie muss erstmal hier hinten. Der Minivab nach zuurteilen hat sie die Schwierigkeiten. Du schaffst das schon. Und das war dann auch das Ende des Levels. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, Angriff auf das Hauptlabor und die Nuke platzieren und nicht dabei sterben, auch wenn der Springradius klein sein soll. Bis dahin, euer Jack. Tschüss, tschüss. Nicht vergessen zu liken, zu kommentieren, sonstiges. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal.